Kilometer erinnert der Reservistenverband der Bundeswehr an die 117 Soldaten, die seit dem ersten Auslandseinsatz 1992 gefallen sind. Außerdem wurde auch jenen gedacht, die sich das Leben genommen haben. Das Gedenken soll der Pflege der Erinnerungskultur in den Streitkräften und der Gesellschaft dienen. Die letzte Etappe führte heute nach Berlin zum Bendlerblock. Rund 9,4 Millionen Kfz-Halter müssen sich auf Änderungen bei ihren Versicherungsbeiträgen einstellen. Aufgrund neuer Regionalklassen. Diese hat der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft nun veröffentlicht. Für etwa 4,7 Millionen Versicherte könnte es teurer, für die andere Hälfte günstiger werden. Für die meisten Autofahrer, nämlich rund 33 Millionen, dürfte sich nichts ändern. Im vergangenen Jahr sind in Deutschland 75 Menschen aufgrund von Behandlungsfehlern des medizinischen Personals gestorben. Mehr als 800 Patienten erlitten einen dauerhaften Schaden. Das gab der Medizinische Dienst, der die Krankenkassenberät heute bekannt. Der Vorstandsvorsitzende des Dienstes, Gronemeier, geht allerdings von einer deutlich höheren Dunkelziffer aus. Er forderte eine Meldepflicht für schwere Fehler. Für den Konsum von Cannabis im Straßenverkehr gelten seit heute neue Regeln. Es gibt nun einen Grenzwert von 3,5 Nanogramm THC je Milliliter Blut. Vergleichbar mit 0,2 Promille Alkohol, der durch einen Bluttest kontrolliert wird. Wird der Wert überschritten, drohen 500 Euro Bußgeld und ein Monat Fahrverbot. Wer zusätzlich Alkohol getrunken hat, muss mit 1000 Euro Buße und einem Fahrverbot rechnen. Für Fahranfänger in der Probezeit und alle unter 21 Jahren gilt ein komplettes Verbot.